Herzlich Willkommen, wir spielen heute CastleStorm und zwar spielen wir das Level über den Hügel. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und deswegen kommt jetzt keine Zwischensequenz. Was aber auch ganz gut ist, weil ich will euch eigentlich nicht die Geschichte spoilern, die ich ganz gut finde. Und auch, wie ich finde, sehr spielenswert ist. Man hat verschiedene Möglichkeiten, den Gegner anzugreifen. Einmal über die Ballista, das ist bei dem Level, dass man hier den Abstand finden, weil man nur durch die Höhle kann, nicht drüber. Aber wir haben spezielle Einheiten, mit denen wir agieren können. Das ist unser Hauptheld. Den man auch als Special einsetzen kann. Mal hier Steine. Was ich so geil finde, ist, dass man verschiedene Upgrades für seine Burg bekommt. Der war jetzt eher sinnlos. Und man immer wieder seinen Burg upgraden kann. Diese Upgrades sind auch bitter nötig. Wird der Gegner ziemlich stark. So, kann man jetzt hier heilen. Jetzt gehen wir mal Gas mit unserem Helden. Zack, zack. Okay. Okay. Und da müssen wir rein. Jetzt hinten schon Schützenhilfe. Dann verziehen wir uns wieder. Und weiter geht's. Obwohl, ich kann trotzdem mal probieren, drüber zu schießen. Ein bisschen was kommt. Okay, aber ich muss meine Burg beschützen. Und ich muss meine Balliste besser einsetzen. Dann kommen wir hier nochmal mit zu uns. Dann haben wir unser Hips scharf. Yes. Das macht ja mal richtig damage. Dann können wir hier einen Schutz einstellen. Damit nicht die ganze Zeit unsere Einheiten schon vorher abgeschossen werden. Das war falsch. Ich gebe meine Schutztraube. Okay. Jetzt müssen wir jetzt mal die grobe Kelle auspacken. Ich gehe mal überall über den Bergschirm. Ja, genau. Und die anderen schießen auch über den Berg drüber. Das heißt, wir müssen unseren Weg einfach nur frei halten. Und schön über den Berg drüber zimmern. Aber unser Schaf, das hat ein Splash-Damage. Oh ja. Ein bisschen reinzoomen. Wenn ein Raum gecleared worden ist, dann kann der keine Einheiten mehr produzieren. Unit Max haben wir schon erreicht. Schlechter Schuss. Aber wir haben gewonnen. Wunderbar. Okay. Also. Müssen wir nochmal spielen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Gut. Ums. Vielen Dank.